Salve a tutti und ein frohes Neues. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen und wir haben hier schon eine sehr, sehr spannende Woche hinter uns. Die erste Woche im Januar. Es gibt da so eine Art Indikator, der sagt, wird die Woche gut, wird das Jahr gut, wird die Woche schlecht, wird das Jahr schlecht. Ich gebe da nicht so viel drauf. Das Jahr soll mich einfach mal überraschen. Heute ist Freitag, wir haben jetzt 17.43 Uhr. Den Film stehe ich natürlich gleich rein. Entweder morgen oder übermorgen mache ich die längeren Ausblicke für DAX, MDAX, Dow Jones, Nasdaq und Stenpour. Aber das sage ich jetzt schon, ich traue mir das nicht zu, das über das ganze Jahr zu machen. Das wird ein sehr heißes Jahr, das glaube ich schon. Die Volatilität, die wir hatten in der ersten Woche, glaube ich, wird uns weiter begleiten. Deswegen, ich mache das nur so drei Monats mäßig. Dafür mache ich es dann alle drei Monate. Ich traue mir, wie gesagt, das ganze Jahr nicht zu. Da können ganz schön viele Irrungen und Wirrungen kommen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den DAX an sichern. Im letzten DAX-Film hatte ich gesagt, dass solche langen Bewegungen meistens enden in einer Seitwärtsphase oder leicht korrektiv. Für mich ist das hier leicht korrektiv, seitwärts phasenmäßig. Das ist auf jeden Fall keine große Korrektur. Irgendwo runter zum 38er oder 50er. Um das mal auf den Punkt zu bringen, mache ich folgendes. Von meiner guten Bekannten, der Karin Roller, habe ich gelernt, ich soll einfach mal mehr auf dieses 23,6er FIBO Retracement achten. Ich war der Meinung, gut 20 Tage Linie kann er machen, aber der hat hier erstmal eine Seitwärtsphase gemacht. Kurz mal runter, mach es mal größer, aufs untere Band. Und, aber mehr auch nicht. Und er hat quasi perfekt auf dem 23,6er Retracement von dieser großen Bewegung hier aufgesetzt. Und das reicht. Im Prinzip reicht das, um als Korrektur zu gelten. Der muss nicht hier irgendwo hier runter. Selbst wenn er auf das 38er fiel, das ist bei 16.100, wäre alles noch in Ordnung. Die muss ja irgendwann mal irgendwie verdaut werden, diese Bewegung hier. Also von daher, kommen wir mal von vorne an. Von den FIBOs her ist das erste Retracement und damit die erste Korrekturqualifikation, nennen wir es mal so, ist erreicht. Wir waren außerhalb des Bandes heute und sind in das Band wieder rein. Ist grundsätzlich positiv. Jetzt ist es, musst du mal ein bisschen näher ranholen. Jetzt ist das nicht besonders viel. Also es ist kein markantes Raus aus dem Band. Aber egal wie, wir sind wieder rein ins Band. Die Bänder sind super eng. 16.836 zu 16.586. Das ist wenig. Verglichen mal mit diesen breiten Bändern, die wir hier hatten. Also von daher gilt, diese Korrektur muss ich als solch akzeptieren. Bänder, wie gesagt, eng. Da kommt mehr. Im Sinne von, da kommt mehr Bewegung. Das hier ist der Chill-Modus, den er hatte. Und da kommt mehr, bin ich mir sehr sicher. Als nächsten Support habe ich das 38er, wie gesagt, bei 16.100. Und dann geht es erst hier, und das ist wichtiger, das 50er in Verbindung mit der 200-Tage-Linie. Das sind die wichtigen Sachen. Von den Indikatoren ist das MACD dabei, sich zu stabilisieren, aber noch nicht wirklich richtig. Ja, das ist noch so ein bisschen slippery when wet. Der Oszillator gilt als tief, ohne positives Signal. Als Konklusion dessen gehe ich davon aus, vor allen Dingen, weil mir hat der Tag heute wirklich gut gefallen. Der hat, gehen wir hier auf die, ich gehe mal auf eine 15-Minuten-Kerzen-Chart-Ansicht. Der hat hier schön immer wieder aufgesetzt, auf diesem 23er, einmal, zweimal, dreimal, ganz kurz mal ein bisschen drunter, sofort wieder rein. Das hat mir gut gefallen, wie der heute gehandelt hat. Auch teilweise die schnellen Bewegungen. Ich meine festzustellen, was ich so lese, höre, rede, ja, ist doch zu hoch, und wir müssen runter, und wieder auf 15.000. Noch nicht. Aber da gehe ich im Jahresausblick ein. Achso, in dem Zusammenhang, nächsten Mittwoch mache ich keinen Film, ich mache den am Donnerstag. Dafür fällt er am Freitag wieder aus. Ich mache nächste Woche nur einen, weil ich springe nämlich am nächsten Wochen in den Karigellen rum. Ich muss erst mal gucken, wo das überhaupt liegt. Und deswegen werde ich am Freitag keinen machen können. Aber zurück hierzu, ich rechne damit, dass wir in den nächsten drei, vier Handelstagen uns nochmal mit der 20-Tage-Linie befassen. Die ist ja nicht weit weg, 16.710. Das ist nicht viel. Dass wir nochmal hier in die Bänder reintauchen, nach oben. Sollten wir, und das ist ab heute jetzt wirklich schon eine größere Make-or-Break-Line, diese 16.440, ich runde hier leicht, unterbieten. Mit wenigstens einem 4-Stunden-Schluss. Dann gehe ich auch davon aus, dass wir das 38er sehen, die 16.100. Aber selbst wenn, da ist nichts passiert. Super Aufwärtstrend hier vom Ende Oktober, super Aufwärtstrend. Und der darf atmen bis hierhin sogar im Extremfall, für mich im Extremfall, bis 15.831. Also ich finde ihn nicht schlecht, den Markt. Ich werde hier nicht nennenswert long gehen, weil ich davon ausgehe, dass wir das hier nicht nennenswert überbieten werden, die 17.000. Aber ich halte es durchaus für möglich, dass er sich da nochmal ein bisschen ranknabbert. Ich habe diesen Schein hier ein bisschen runtergenommen. Das ist ein 15.814er, da stand vorher ein 16.260er. Der war mir dann schon ein bisschen zu heiß, also zumindest zu heiß, um ihn hier zu nennen. Das ist jetzt ein 15.814er, da sind wir unterhalb der 200-Tage-Linie. Und ich habe einen, der ist ein bisschen heißer, 16.059, da sind wir unterhalb des 50er-Retracements. Das kann man beides machen, wenn wir die 20-Tage-Linie überbieten. Ansonsten, ich warte damit erstmal. Ich möchte eigentlich hier nicht mehr so viel kaufen. Ich möchte eher warten, bis wir halt hier hochgehen und dann anfangen, längerfristige Putz zu kaufen, mit einer Basis, die deutlich weiter weg ist. 17.800, 18.000, aber auch darauf gehe ich am Wochenende ein. Die Putz habe ich so gelassen, wie sie sind. 17.500er und 17.200er, also die kennt ihr schon. Nochmal morgen oder am Sonntag stelle ich dann den Film rein mit dem längerfristigen Ausblick. Und ansonsten wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.